Auf geht's! Angekommen! Ich bin in Porto Palo di Capo... was? Porto Palo di Capo Passero Direkt am südöstlichsten Zipfel von Sizilien und gerade, also hinter mir, befindet sich der Hafen oder der ehemalige Hafen, kann man sagen. Denn neben vielen kleinen Fischerbötchen liegen hier auch einzelne Schiffsruinen und ich schaue mich jetzt mal ein bisschen um. Die Fahrt von Noto hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert und hat mich über verschiedene Landstraßen geführt. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen anderen Weg, aber eigentlich mag ich es über Landstraßen zu fahren, da man so mehr vom Land sieht. Porto Palo hat noch einen riesigen Pluspunkt. Es liegt direkt am Meer! Total schön! Guckt es euch an! Und auf einmal sehe ich diese riesigen Schiffe, die hier gestrandet sind und schon ausgeschlachtet wurden. Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Das ist so krass! Es sind gefühlte 40 Grad und hier angeln ein paar Fischer. Angeln in der brütenden Nachmittagshitze. Krass! Ungefähr zehn Minuten vom Hafen entfernt liegt die Innenstadt von Porto Palo. Und das erste, was mir aufgefallen ist, ist die gesamte Stadt ist bunt! Bei einem spontanen Abstecher sind wir dann auch noch an die Promenade gelaufen. Dort könnt ihr Eis essen, spazieren gehen oder es euch in der Sonne gut gehen lassen. Ich bin in Mata Memi, am Strand bei Sonnenuntergang. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen! Mata Memi ist ein kleines ehemaliges Fischerdorf. Beziehungsweise ist auch heute noch ein Fischerdorf. Und ist vor allen Dingen in den Sommermonaten überrannt an Touristen. Aber wenn ihr im September kommt, habt ihr Glück und ihr erlebt, wie sie ursprünglich war. Und jetzt zeige ich euch den Hauptplatz in Mata Memi. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Der Abend endete dann mit einem Spaziergang durch die umliegenden kleinen Gassen. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr auch bei meinem nächsten Abenteuer dabei sein wollt, dann abonniert doch meinen Kanal oder schaut euch mein letztes Video an. Bis dann!